So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy... Was ist das? 13? Ne, was ist das 13? Ist klar! Ist klar! So, was bekämpfen sich da vorne für Gegner? Lönxiron bekämpfen... So... Xeneroiden. Aber ohne mich. Oh, so viel zum Thema ohne mich. Okay. Ja, genau, zuerst die Lönxiron. Nein, 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 nein. Zuerst in Xeneroiden, so sieht's aus. Sonst sind wir wieder Jahre drüber. So geht das viel schneller. So, und jetzt die Lönxiron. Ja, ist klar. Oh! Lönxiron ist gleich tot. Schlecht. Lönxiron ist tot. Ist klar. Und ich auch. Ist das ein Bums. Es ist ein Scheiß. Es ist ein... Ich bin tot. Ist klar. Ist geil. Ist geil. Ist, 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 ist klar. Ist klar. Ist, 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 ist geil. Ist geil. Ist klar. Ja, ist geil. Okay. Doch lieber die Xen... Die, die, die Lönxiron vorher killen. Vor dem Xeneroiden. Ah, wir starten gleich hier. Das ist gut. Aber diesmal versuchen wir die Gegner zu umgehen. Der musste nach hinten rutschen, dieser Pisser. Okay. Xeneroiden fertig machen. Und dann in ein anderes Paradigma wechseln. So. So, jetzt wechseln wir in die Partitionsattacke. Fuck. So. Jetzt. Kümmern wir uns um euch. Ist das ein... Fuck. Heil dich. Schnell. Es ist ein... Heil dich, Venil. Steh nicht so rum. Was machst du? Ich will keinen Halsschrank verschwinden. Alter, wie viel zocken die. Ist klar. Ist klar. Ist geil. Ja. Könnt ihr in die Frecke gehen. Wär das was. What the fuck? Okay. Tierattacke vermeide ich besser. Von der getroffen zu werden. Ja. Hm. Ist geil. Ist geil. Solange Venil ihre Arbeit richtig macht, ist alles in Butter. Solange ich sterbe nicht. Heil mich. Steh nicht so rum. Ich bin gleich tot, wenn du nichts unternimmst. Oh Gott. Wir haben gleich den ersten weg. Noch ein Angriff. Und der erste ist weg. Halleluja. Jetzt wird's einfach. Ohne einen Heiltrank zu verschwenden. Stirb, du Kreator. Stirb. So, was nehmen wir am besten. Nehmen wir einfach mal dreimal Feuer. Scheint wenig hilfreich zu sein. Okay, dann dreimal Aero. Okay, Aero ist hilfreich. Das machen wir. Ja, es ist klar. Es ist klar, ne. Mein Mikro richten. Okay, weiter. Oh Gott. Thanks, Venil. Oh Gott. Ein Angriff noch. Zack. Und weg. Wahrscheinlich wieder null Sterne, so wie ich das Spiel kenne. Es ist ein Bums. Es ist ein Bums. Weiter. Okay, wieder Drohnen. Oh, ne. Ey, dafür ist... Das Item ist mir jetzt egal, aber das... Dafür riskier ich nicht meinen Arsch. So. Das kann man hier mitmachen. Das muss es tun. Ja. Ja schon. Oh, ne. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein. Das will ich nicht machen. Das ist hässlich. Ist das beschissen. Kann ich jetzt an das Item? Ne, ne. Nein, natürlich nicht. Aber ist mir auch egal. Ist das hässlich da vorne. Ich mach einen Cut. Ich mach dich ab. Versprochen. Oh Gott. Ach so.